Hallo Leute, willkommen noch zu einem neueren Video. Ich zeige euch die Lieder, die ihr vielleicht kennt. Also vielleicht kennt ihr das erste, was hier gerade an ist. Oder das. Oder das hier vielleicht. Das hier vielleicht. Oder das. Also ich kenne schon recht viele Lieder davon. Oder das hier. Oder das hier. Müsst ihr eigentlich jeder kennen. Ich weiß nicht, ob einige das von euch kennen. Hier das Lied jetzt. Aber ich kenne es. Das sind hier von diesen Sängern. Also es sind Frauen. Also Sängerinnen. Das sind sehr viele. Oder vielleicht das. Oder vielleicht bin ich einig. Oder vielleicht das. Oder das. Ah, das war das selbe. Oder vielleicht das. Oder vielleicht das. Also das kenne ich gar nicht. Das habe ich auch nie zuvor gehört. Oder vielleicht das für eine Toastory. Oder das. Oder das. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn es funktioniert. Ähm. Dann könnt ihr ja gerne sagen, was ihr da so kennt. Also das kenne ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. Also hier Nieder. Das kenne ich auch nicht. Aber das kenne ich. Aber das kenne ich. Das kenne ich glaube ich immer nicht. Aber das kenne ich. Das kenne ich. Oder das. Das ist das selbe. Von eben. Oder das. Das kenne ich nicht. Aber das kenne ich. Oder das. Das ist zwar leicht, Leute. Aber ich habe die letzte dadurch so geschwindet. Das ist auch dasselbe. Das ist auch dasselbe. Also das Lied mag ich auch total gerne. Das nicht. Das kenne ich sowieso nicht. Das ist auch das gleich von anderen. Oder vielleicht Kick It. Oder vielleicht auch das. Also meine Mutter hat mir letzt gesagt, das Lied wäre von der Luna. Von irgendeiner Luna-Sängerin. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber das Lied kenne ich auch. Oder vielleicht das. Oder das hier. Wie kommen die Leute auf diese Lieder eigentlich? Oder das. Das ist ja auch klar. Oder das. Also diese eine da. Der da. Sieht aus wie von fluchter Karibik fassender Art. Außer ohne hier den. Diese verlorene Hand. Wisst ihr? Und dann finde ich das. Oder das. Ja, das ist selber. Das kenne ich nicht. Oder das. Das ist ja dasselbe von ihm. Das andere Version. Oder das vielleicht. Das Lied habe ich nie gemocht. Oder das. Also ich kenne es. Und das ist die gleiche Version von. Ne. Von anderen. Und hier die Lieder sind zu. Ihr könnt ja mal gerne in die. Ähm. Komisch schreiben. Männchen, die ihr davon kennen. Und ich zeige euch gleich noch was cooles.